Sind wir eigentlich gekommen? Wenn Sie die bunte Presse lesen, so will ich ja auch regelmäßig, wissen Sie es. Fürstin Gloria verschabelt ihren Familienschmuck und Prinzessin Stefanie bekommt ein uneheliches Kind von ihrem Leibwächter, einem gelernten Fischhändler. Schlimm, 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 schlimm. Nur sowas hat es immer schon gegeben. Ein Großteil der Literatur lebt davon. Auch wir können uns diesem nicht widersetzen. Deshalb heute der Start und die Premiere einer unendlichen, um nicht zu sagen unsäglichen Geschichte aus der guten alten Zeit. Ja, genau. Ein wunderbarer Tisch. Und das, was Sie da hinten sehen, werden Sie über 200 Mal jeweils am Dienstag und Donnerstag sehen. Und Sie erleben einen tiefen Einblick in den Hochadel. Schatten über Herrenstein. Ein Epos aus dem Adel. Folge 1. Die Sonne eines späten Sommers stand schon tief gegen die Güter derer von Berlichingen, als der einsame Reiter dem Pferd sanft die Sporen gab und so den Galopp verschärfte, der ihn durch den schier endlosen Forst in die andere Richtung trug, dem Talschluss zu und dem schroffen Felsen entgegen, auf dem seit Jahrhunderten Schloss Herrenstein stattlich aufragt. Heia! Heia, Odoaka! Heia! Er munterte der junge, braungebrannte Reiter sein Pferd, den schlanken Fesseln freien Lauf zu lassen. Und als ob der seitenschwarze Wallach der vertrauten Stimme seines Herrn antworten wollte, setzte er sogleich kraftvolles Schnauben aus den edlen Nüstern gegen den stärker werdenden Wind. Mit einem leisen Du bist ein guter Junge, Odoaka! Komm! Beendete der Jüngling die kurze, aber tiefe Zwiesprache mit dem rassigen und doch seltsam sanft dahinfliegenden Tier. Und er schmiegte sich tiefer an die flatternde Mähne, in der Gewissheit, dass der kluge Hannoveraner von selbst seinen Stall finden würde. Es wurde Zeit für Ross und Reiter. Wollten sie das schützende Dach noch vor dem Unwetter erreichen, das sich unaufhaltsam über der Teufelswand zusammenbraute. Und mag das Firmament über uns zusammenstürzen, mischte sich nun wieder die helle Stimme des Blonden auf dem schwarzen Pferd in das erste noch zaghafte Aufheulen des Wendes. Wir werden bestehen und am Ende siegen. Doch trotz des fröhlichen Mutes in den Worten des jungen Mannes lag eine seltsame Traurigkeit in seinem ebenmäßigen Gesicht, auf das die ersten schweren Tropfen fielen und über Schloss Herrenstein lastete der schwarze Schatten einer riesigen Wolke. Welcher Schatten liegt über Herrenstein? Wer ist der geheimnisvolle, einsame Reiter im Forst? Welchem Ziel strebt er zu und wird er es erreichen? Sehen Sie die nächste Folge von Schatten über Herrenstein. Ein Epos aus dem Adel. Stefanie bekommt ein uneheliches Kind von ihrem Leibwächter, einem gelernten Fischhändler. Schlimm, 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 schlimm. Nur, sowas hat es immer schon gegeben. Ein Großteil der Literatur lebt davon. Auch wir können uns diesem nicht widersetzen. Deshalb heute der Start und die Premiere einer unendlichen, um nicht zu sagen unsäglichen Geschichte aus der guten alten Zeit. Ja! Genau, ein wunderbarer Tisch und das, was Sie da hinten sehen, werden Sie über 200 Mal jeweils am Dienstag und Donnerstag sehen und Sie erleben einen tiefen Einblick in den Hochadel. Schatten über Herrenstein. Ein Epos aus dem Adel. Folge 1 Die Sonne eines späten Sommers stand schon tief gegen die Güter derer von Berlichingen, als der einsame Reiter dem Pferd sanft die Sporen gab und so den Galopp verschärfte, der ihn durch den schier endlosen Forst in die andere Richtung trug, dem Talschluss zu und dem schroffen Felsen entgegen, auf dem seit Jahrhunderten Schloss Herrenstein stattlich aufragt. Heia! Heia! Oroaka! Heia! Ermunterte der junge, braungebrannte Reiter sein Pferd, den schlanken Fesseln freien Lauf zu lassen. Und als ob der seitenschwarze Wallach der vertrauten Stimme seines Herrn antworten wollte, setzte er sogleich kraftvolles Schnauben aus den edlen Nüstern gegen den stärker werdenden Wind. Mit einem leisen Du bist ein guter Junge, Oroaka. Komm! beendete der Jüngling die kurze, aber tiefe Zwiesprache mit dem rassigen und doch seltsam sanft dahinfliegenden Tier. Und er schmiegte sich tiefer an die flatternde Mähne, in der Gewissheit, dass der kluge Hannoveraner von selbst seinen Stall finden würde. Es wurde Zeit für Ross und Reiter. Wollten sie das schützende Dach noch vor dem Unwetter erreichen, das sich unaufhaltsam über der Teufelswand zusammenbraute. Und mag das Firmament über uns zusammenstürzen, mischte sich nun wieder die helle Stimme des Blonden auf dem schwarzen Pferd in das erste noch zaghafte Aufheulen des Wendes. Wir werden bestehen und am Ende siegen. Doch trotz des fröhlichen Mutes in den Worten des jungen Mannes lag eine seltsame Traurigkeit in seinem ebenmäßigen Gesicht, auf das die ersten schweren Tropfen fielen. Und über Schloss Herrenstein lastete der schwarze Schatten einer riesigen Wolke. Welcher Schatten liegt über Herrenstein? Wer ist der geheimnisvolle, einsame Reiter im Forst? Welchem Ziel strebt er zu und wird er es erreichen? Sehen Sie die nächste Folge.